Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzern-Tegemark. Oh. Okay, wo? Ich muss jetzt schon fort anfangen. Ich mag noch ein bisschen mit dir so plaudern. Ich muss mich erst einmal eingrooven da. Das ist so lächerlich. Das stimmt überhaupt nicht. Das klingt so, als wäre das von uns. Wir würden es auch so machen, wenn wir hinter den Controls sitzen würden. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich irgendwann einmal eine TV-Show habe. Egal wie. Ich habe gesehen, dass die Frau Karlich, die du vielleicht kennst, weil du in ihrer Show warst, auf Instagram unter 600 Follower hat. Warum? Ist halt einfach nicht ihre Zielgruppe, gell? Ja. Die meisten Leute, die Barbara Karlich-Show anschauen, sind, würde ich sagen, 50 plus. Aber unabhängig davon hat sie weniger Follower als du. Stimmt, und die hat nicht einmal ein Foto. Die hat kein einziges Foto auf Instagram. Sie hat gleich viel. Und ja, ich spreche sicher bei den Tausender-Marke. Einfach nur, weil meine Stories so toll sind. Ja, sie hat auf jeden Fall auch keinen einzigen Post. Also, meine Damen und Herren, es befinden sich in diesem Raum Kevo, Christian und Philipp. Sollen wir mal darüber reden, wer der Philipp ist? Ja. Der Philipp hat kein Mikro. Aber der Philipp hat sehr sympathische, trauerherzige Augen. Wir würden sie euch zeigen, aber das ist das falsche Medium. Na gut, also, wir sind hier und wir machen den Podcast weiter. Der Philipp arbeitet für eine Firma. Wie heißt denn die Firma? Die heißt Audiamo. Und was macht der Philipp da? Hörbücher. Und der Philipp macht bei Audiamo die neue Sparte Podcasts. Und wir sitzen da jetzt an einem Tisch. In dem neuen Podcast-Studio. Boah, wir haben es weit geschafft, ey. Ja, Philipp auch. Ja, na gut, auf jeden Fall, das ist der Punkt. Philipp hat sich auf einmal gemeldet, hat mir eine Nachricht geschrieben, die ich nicht gelesen habe. Und nach Tagen habe ich sie geöffnet. Und da hat er gesagt, hey, was ist mit dem Podcast? Let's get started. Das war vor vielleicht sechs Wochen. Bringen wir die ganze Sache wieder ins Rollen? Bringen wir sie ins Rollen. Daraufhin habe ich die Kevo angerufen, die ich zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Zeit lang nicht gesehen und gehört habe. Kevo ist rangegangen und für mich war das symbolisch. Wäre sie nicht rangegangen, hätte man gedacht, dann soll es halt nicht sein. Wirklich? Das hast du mir nie erzählt. Naja, das now is the moment. Okay, okay. Hast du dich gefreut, dass du meine Stimme gehört hast? Ja, sowieso. Ich habe immer gedacht, sollten wir mal einen Podcast machen mit der Stimme. Guter Input. Ja, und wie ging es dann weiter? Dann haben wir uns ungefähr 48 Stunden später getroffen zu dritt. Da, wo wir jetzt sitzen. Aber da war das Podcast-Studio, wo wir jetzt sitzen, war noch kein Studio. Da war es einfach nur ein leerer Raum. Und jetzt mittlerweile ist alles gefüllt und Lampen ist viel gemütlich da drinnen. Wir haben so einen schönen Tisch, es sind sogar Palmkätzchen da. Es gibt sogar zwei Bier und ein Kaffee, aber der Kaffee ist leer. Philipp ist voll der tolle Host. Jedes Mal kriegen wir Wasser und Bier. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte ist, wir haben eine Partnerschaft geboren. Wir haben uns verpartnert. Also Kunst und Klischee hat sich verpartnert mit Audi Amo Plus. Wobei es sich für mich mehr so anfühlt, als hätten wir uns verpartnert mit Philipp. Wir haben halt jetzt jemanden, der kümmert sich um die Technik. Dann haben wir jemanden, der kümmert sich um den Schnitt. Und auf einmal ist das alles sehr viel gechillter. Geil. So soll es auch sein. Weil wir sollen uns eigentlich nur mehr darauf konzentrieren, was wir reden wollen. Ja. Also Christian, was willst du reden heute? Ja, eigentlich wollten wir nur das. Wir wollten mal sagen, es gibt den Podcast wieder und es gibt ihn wegen Philipp wieder. Und wir haben uns ausgemacht, dass wir in Staffeln operieren wollen. Alle zwei Wochen gibt es dann eine tolle Folge Kunst und Klischee von Kevo und Christian. Ja, genau. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Jetzt können wir, wenn wir wollen, darüber reden, was ist bei der Kevo passiert seit Sommer und was ist bei dem Christian passiert seit Sommer? Ja, willst du ein Update haben von mir? Kevo, was ist denn bei dir passiert seit dem Sommer? Ja, ich habe mir die Podcast-Folge, die erste, angehört und da war ich ziemlich depressiv drauf. Na ja. Na ja, wir haben über Wimlerswende geredet, über mein Diplom und so und Corona und was so ein bisschen. Es lag alles noch in der Luft. Es lag alles, ja. Es schwebte noch in der Luft und ist noch nicht runtergefallen und war noch kein Lotto-Sechser. Genau. Und jetzt? Hast du einen Lotto-Sechser in der Tasche? Also ich muss sagen, manchmal sollte man nicht zu schwarz malen, weil Dinge werden dann auch besser. Sie verändern sich und das Leben ist fluid und manchmal geht es aufhören, manchmal geht es aufhören. Und es ging mit Wimlerswende eigentlich trotz Corona rauf. Ihr habt ein Filmscreening im Museumskortier gehabt. Genau, wir haben unseren 20-minütigen Dokumentationsfilm im Museumskortier gezeigt und im Rahmen von Kalle Libre waren ziemlich viele Leute und ich habe da so Interviews und so gegeben. Ich habe immer Pressetermine gegeben und Corona hat dem Ganzen gar nicht so schlecht getan, weil Wimlerswende ist in der frischen Luft, weißt du? Und da können die Leute herumgehen, die Wände anschauen und so und da braucht man kein Museum oder so, weil man hat Landschaft, Natur und Kunst in einem. Ihr habt sogar das Buch mittlerweile. Ja, 190 Seiten oder so, geballte Kreativität. Habe ich noch nicht gesehen, ich freue mich drauf. Muss ich das sagen. Und du hast einen Job angefangen? Ich habe einen Job angefangen, ja. Bin jetzt für Kommunikation und Design zuständig bei einem niederösterreichischen Start-up. Warum? Ja, ziemlich cool. Also es funktioniert, also mein Leben fühlt sich gar nicht so schlecht angereit. Und du hast kuratiert auch noch, du hast im ersten Bezirk, wo wir im Keller so runter, runter... Du hast auch dabei, Christian, du hast mich besucht. Ja, ich habe eine Ausstellung kuratiert, die heißt Light Specific, die war im Minus 2, einem neuen Raum im ersten Bezirk. Das waren zwei Geschosse unter der Erde. Voll spannend war das. Und gemeinsam habe ich das gemacht mit der Dominika Lee und mit Stefan Mattes. Die haben, das Team hatte ich da gefunden und wir haben da Lichtinstallationen und Skulpturen und Kunst, die mit Licht arbeitet, ausgestellt in einem ganz dunklen Raum. Und nur die Lichtkunstwerke haben den Raum erhält. Und geht das weiter? Ja, also es war eine super Zusammenarbeit und es waren schöne Sachen dabei und ich kann mir das schon gut vorstellen. Und vor allem eigentlich davor gab es noch die Ausbruch-Ausstellung von Les Nouveaux-Riches. Genau, das war auch noch. Ja, da haben wir gemeinsam mit den Improper Walls die Ausbruch-Ausstellung gemacht, wo wir Künstler und Künstlerinnen ausgestellt haben, die auch während Corona was geschafft haben und die ausgebrochen sind aus dem Alltag oder Ausbruch ist ja, ich meine, ein Virus kann auch ausbrechen. Oder wir wollten eigentlich wieder aus dem Alltag ausbrechen mit dieser Ausstellung. Das war eigentlich auch schön. Und es ist sogar die Polizei vorbeikommen. Die Polizei, ja. Ich habe sie mit meinem Charme gleich wieder weggeschickt. Die waren, ja, das ist zigeohnt. Aber sie waren auch wirklich sehr freundlich, muss man sagen. Ja. Und dann wart ihr mit LNR noch Medienpartner. Ja, es war heuer die Parallel. Die Kunstmesse. Die Kunstmesse, genau. Und da waren wir das erste Mal Medienpartner und wir hatten einen eigenen Raum auf der Parallel, den wir gestaltet haben. Und, also ich muss sagen, es war ein Mörder. Es war richtig geil. Eine Oase habt ihr gebaut. Wir haben eine Wellness-Oase gebaut, genau. Dann, wenn du reingekommen bist in den Raum, war alles total entspannt und du konntest dich ein bisschen massieren lassen und abschalten. Ich habe so ein kleines Massagegerät mitgehabt. Das haben nur spezielle Gäste gekriegt. Alles klar. Ich musste schmunzeln, weil wir eine Massage-Episode... Ich habe so einen Massage-Drang anscheinend, gell. Also massieren ist so ein Ding von mir anscheinend. Ich schwöre es dir, es ist wirklich ein Ding von mir. Ich massiere gerne Leute und ich werde auch gerne massiert. Das fühlt sich gut an. Ja, was war bei dir eigentlich so los? Weil wir müssen da jetzt ein bisschen auch über dich reden und nicht nur über mich. Ich habe eigentlich nur gezeichnet und projektiert, sagt man das? Welche Projekte hast du gestartet dazu? Ich habe Projekte gestartet. Eins mit der Dani, das war Danis Welt. Das war ein YouTube-Kanal für Kinder mit Migrationshintergrund. Fünf Folgen die Woche. Cool. Das habe ich, ich glaube, bis Herbst gemacht. Dann habe ich mitgekriegt, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffe. Dann habe ich mit der Julia Buchram und der Paula Marschallek das The Joy of Missing Out gestartet. Was ist das? Das ist eigentlich ein ähnliches Projekt wie Kunst und Klischee, aber dann doch ganz, ganz anders. Aber wir führen da Gespräche, deswegen ist es ähnlich wie unser Podcast, aber wir führen die Gespräche live und über Zoom und man kann sie nachher dann anhören auf Facebook. Das heißt, wenn man auf Facebook geht, Joy of Missing Out? Joy of Missing Out, Vienna oder irgendwie so heißt es. Genau, das ist sowas. Also auch so ein Plaudern über Themen der Kunst, aber mit einem anderen Spin. Der Spin ist eigentlich transparent machen von Themen, die nicht so gern besprochen werden. Wie wirkt sich Meditation aus auf eine künstlerische Praxis? Wieso wird das nicht so gern besprochen? Ich glaube, weil es zu esoterisch wirkt oder weil es einfach noch ein Nischenthema ist. Oder wie ist eine künstlerische Praxis? Wie verändert sie sich, wenn man Großprojekte umsetzt, die dazu führen, dass man eigentlich eher eine Firmenchefin ist als eine Künstlerin, weil man für sieben Leute zuständig ist? Da haben wir mit der Brigitte Hovans gesprochen, wobei ich habe keine Ahnung, wie viele Angestellte sie hat, aber es sind wohl einige. Genau, und solche Themen haben wir da drin. Was war noch? Ich kenne da einen Terminkalender, du bist immer recht schwer available. Ich habe eigentlich im Sommer dann viele Workshops gehalten, weil ich war dann so frustriert davon, dass nach diesen Black Lives Matter Protesten sich da irgendwie gar nichts getan hat. Und habe mir gedacht, was kannst du tun? Du kannst natürlich spenden, aber was hilft? Spenden ja hilft schon was, aber dann hat das irgendwie zwei Monate in mir rumgedingelt. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich ganz viel Expertenwissen dazu, wie man in der Kunstwelt agieren kann als eine kunstschaffende Person. Weil ich schreibe seit über einem Jahr an diesem Manuskript für dieses Buch. Für welches Buch? Handbook for Emerging Artists. Genau, und ohne da jetzt zu viel darüber zu sagen, habe ich mir dann gedacht, ich biete das einfach gratis an. So gratis Coaching für Kunstschaffende auf Englisch, international. Wobei es ganz wichtig war, der Spin war für Leute, die sich als marginalisiert empfinden. Das habe ich, also quasi könnte sich jede Person so empfinden. Aber es war echt crazy, weil ich habe da mit Leuten aus Indien, Russland, Kanada, USA, eine aus der Schweiz. Also wirklich international. Und da habe ich lauter Gespräche geführt mit ihnen. Da war zum Beispiel eine Kuratorin aus Indien, die erzählt hat, dass ihre letzte Ausstellung zerstört wurde. Da sind wirklich Leute reingekommen in den Raum und haben die Werke zerstört, weil sie so irritiert waren davon. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Ja, man kann sich das nicht vorstellen, genau. Und sie hat sich überlegt, als nächste Ausstellung dieselbe quasi wiederzumachen, ohne dass die Werke ausgestellt sind. Sondern, dass man den Künstler dort hat und dass er quasi so im Sinne einer Kunstvermittlung die Werke, die hier nicht jetzt sind, bespricht, als wären sie da. Ja, genau. Performance. Ja, performativ, genau. Ja, und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich jetzt mittlerweile so einen Workshop gebe zu diesen Themen bei einer virtuellen Kunstschule. Und was hast du jetzt vor, Christian? Was ist so auf deinem Radar? Eigentlich würde ich sagen, es gibt eh nur ein großes Ding, was jetzt noch passiert dieses Jahr und das ist meine erste Museumsausstellung. Wo? Beim Museum Angerlena in Thalheim bei Wörls. Wörls, geil. Ja, wirklich, ja. Wörls ist einfach geil. Wörls. In Oberösterreich. Da kommt ein Buch raus, das ist deswegen auch wieder witzig im Kontext von diesem Podcast, weil in diesem Buch werden drei Texte sein und ein Text davon ist von der Jacqueline Minusgold, die wir im Podcast mal hier kennengelernt haben. Und der zweite Text ist von der Andrea Kopraunowitsch, die wir im Podcast mal kennengelernt haben. Und der dritte Text ist von Günter Oberlenzer, das ist ein Kurator, mit dem wir auch bald reden werden hier. Und der ist auch der Kurator dieser Ausstellung. Du hast deine Connections-Fühler ausgestreckt. Wie immer. Wie immer, geil. Wie immer. Aber das Jahr, als hättest du trotzdem noch einiges vor und als hätten wir noch einiges vor hier beim Podcast. Ja, 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 glaube ich auch. War das jetzt ein schwarzes Intro oder? Ich glaube, wir hätten es mehr auf den Punkt bringen können. Okay, schade. Aber ich finde nicht, dass es notwendig gewesen wäre. Okay, naja, aber das heißt, es gibt jetzt von Kunst und Klischee zehn Folgen in der nächsten Staffel. Ja. Und wir laden wieder tolle Gäste ein. Ja, und alle zum Zuhören laden wir auch ein. Ja, genau. Also Marina, Bianca, wie auch immer. Tom. Hört zu und schaltet es ein, wenn wir mit der nächsten Folge online gehen. Lassen wir es hier. Sehr gut. Dann bis zur nächsten Folge. Okay. Philipp, ist verleihend. Zum Wohl. Ciao. Ciao, ciao. Baba. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Audio Ammo. Plus. Wir hören uns.